Ich geh da mal. Jawohl, wir sind wieder drauf. Ruf, 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 ruf. Kann weitergehen. Wenn der Dennis sein Inventarmanagement fertig hat. Fertig. Alles klar. So. Also mich führt's hier entlang. Nee, hier rein. Wir kamen von da, schließlich. Jetzt wollen wir auch den Dicken nachlegen hier. Ah, ich hatte aus Versehen einen Spezial-Punkt-Weg markiert. Guck mal, da kommt er schon, ne? Du darfst bloß keinen Abgang machen jetzt, ne? Darunter fliegen, meine ich. Das wäre ja nicht so toll. Schauen wir doch mal. Oh, wie geil das hier aussieht. Ich find's geil. Ohne Scheiß. Nice. Haben sich die Designer echt was... äh... Ja, sieht cool aus, ey. Oh, hier war Blutstein-Taric am Werk. Ja, ne? Blut... Blutjaspis. Ach, guck mal da. Der Dicke. Wow. Schon nach unten bleiben, der Typ. Der mag mich irgendwie. Ich merk das schon. Jetzt macht er mich. Die da hinten mögen mich auch. Läuft zum Wien jetzt schon wieder her. Alter, ich konzentriere mich gerade voll auf einen. Deshalb komme ich im nächsten. Gut, dass ich mir jetzt schon so viel Schaden machen bei mir. Das ist geil. Jo. Ohne Scheiß, hier nochmal hinstellen nebeneinander, bitte. Finde ich geil. Die Kulisse hinten. So. Ja, gut, weil dann dreh ich das ein bisschen. Ja, genau, so ist besser. So. Ungefähr, ja. Jo, nice. Das gibt gute Thumbnails, ne? Kann man machen. Oh, hier, da ist der Dicke. Das ist aber, glaube ich, nicht der Entwurf. Nee, nee, das ist nur noch mal wieder so ein Oster. Oh, der hält aber noch nicht mehr aus. Ruflicher Wichter. Nein. Ah. Oh. Oh, der fliegt. Oh, der ist wütend. Ja. Shrek ist wütend. Nur noch ein bisschen, Dennis. Der passiert. Das passiert richtig. So. Dann war der noch mal wieder. Also bei mir schon. Bei mir hat der Graf wieder... ...gemacht. Ja, auch. Ohne. Boerleute. Boerleute. Halt dich still und leise. Nein, du fokust nicht jetzt. Los. Sag mal, hör mal. Batsch ins Gesicht. Weg damit. war das schon wieder herein ist das denn hier nicht nicht also ich dachte schon wie unser tanklicht am boden ist das denn das sieht lustig aus kann ich nicht nicht und das lustig kann ich nicht wegwerfen so einer kannte nämlich ist also die fliegen wiederum weg ja truhe grausamer ring er ist mittlere 17 neues lager entdeckt anstiegspunkt wurde freigestellt ja wo so vorsicht fallen komischen auf die wicke hinfall die hardcore typen und jetzt wieder so bobbys dass die verstoßpause ja jetzt wird dem spieler wieder so gerät jetzt wird sie sie noch mehr damals sowohl den da hinten bluten alle bluten und schlöffeln kaum von anderen richtungen schlöffeln ich war gerade noch am looten und ich am leveln fand ich nicht nämlich so looten hier nee kampfergruppe org das wollen wir noch mal testen ganz eilig mh da ist noch so einer schilder hoch schilder hoch die immer wollen sie auf die Distanzkämpfer würde ich auch machen ja ist auch richtig so so was ist hier da kommt noch einer rausgeschossen aber kann ich nicht da ist nix hier gehts runter links kann man looten nee kann man nicht dachte ich auch Dunkelhalle oh jetzt wirds düster ne auch da kann man nicht looten aber hier sind noch ein paar Bobbys und da ist auf jeden Fall in der Ecke was zu looten Diebstahlfertigkeit meine Wenigkeit wollte ich gerade sagen deine Wenigkeit ist gefragt neuer Runenstein jawohl so läuft läuft was ist hier noch nichts weiter und was ist hier auch nichts das ist gut muss man überall gucken das Entdecker gehen oh was ist denn hier ist hier ne hey ne 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 hier geht ein Tor auf oh 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 na wo ist der mal die Sachen schlafen obwohl mei ist mir eigentlich sogar gerade ganz recht da geht noch ein Tor auf oh eine Kiste ich glaube da können wir alle wieder looten hier und renke reis eisenplatten schön identifizierte um ein bisschen Schiss bei solchen Räumen dass man nicht mehr rauskommt das hinter anderen ist dort zugeht lassen oh ich hab nun eine neue Rüstung aber er ist für Level 18 so war das der Weg der hier rumführt ob man hier doch mal nochmal hier geht ein Tor auf ich komme und noch ein Tor oh Bluten Gewölbe Zwei Silber Ihr Inventar ist völlig belegt jawohl jetzt hol ich erstmal ein paar Sachen raus Glaubenskleriker hat keiner bei uns weg damit beschützender Kämpfer Stufe 17 das behalte ich mal für dich wollte ich gerade sagen das ist das ist für mir für Stufe 17 okay muss ich noch warten okay gut hier kann man von nach rechts hier dann geht es hier entlang rechts geht es entlang links geht es entlang gehen wir erst rechts hier führt noch ein Weg rum hier ist was zum looten alle religionsfertigkeit nö nö muss nicht sein oh oh ah noch mehr Arbeit Sklaven weißt du stellen sie hier die Sklaven hin Level Up was nö 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 so man jetzt möchte ich kein ach so das sah so aus wie ein Level Up oh oh das sieht nach Boss Area aus mhm dö 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 watt oh shit wir haben ein neues Lager entdeckt ja jetzt knallt da habe ich eine Axt ö oh shit wollen wir durchatmen die Buttons mit den Haltrenken nicht vergessen oh shit Digga Tank please na gut okay der hält eine Menge aus ich werde uns mal eine Fähigkeit benutzen zack oh oh ich darf mich stellen es da hinten alter Nexus aber der kann auch nicht distant werden kannst du knicken diesmal Blockys diesmal bin ich vorbereitet ausgewischen da kommen die Basalen oh der fließt da wieder oh oh shit Tank fast down wir haben ihn gleich zur Hälfte halt durch wenn es so lange nicht immer blocken kann geht das ja immer noch aber kann ich mal gerade nicht blocken da wird es kritisch ja spam den Button mit den Träften wenn du kannst jetzt habe ich auch ein kleines Problemchen jetzt habe ich auch ein kleines Problemchen jetzt habe ich sie alle auf mich gefokust der Wichser will immer auf mich raus na zwischen Fähigkeit ja nee jetzt oder nee oh shit jetzt man doch nicht dauernd von mir weg ey Lappen fokuss ja der Großteil zumindest fessige Speed ey oh ja echt mal was ist denn hier Mantelturm die lebende Tote am meisten am Boden Spieler nice keiner von uns ist verreckt so muss das cool gut gut gibt es hier noch was zum Looten irgendwie nicht ne geht wieder runter direkt warte mal ich kann man sich hier gratis heilen Stiefel des Häuptlings direkt ausrüsten Leben das sind so dicken Boots Alter lol nice das wird schon anstrengender auch als Tank ich will des Häuptlings wo denn habe ich gehabt bin schon angezogen gerade sehen geil aus ach so ja GG das lief doch schon mal nice der war auch einfach zu dodgen also für mich zumindest muss man ausweichen das ist eine Truhe oh cool ja wohl jetzt gibt es Level Up hoffentlich aber sind hier noch Gegner das ist nichts das ist nichts zum Looten hier ist Gewölbeerkundung ja die Truhe ist verschlossen von Bullshit ich kann sie öffnen cool ja toll das ist auch eine geileres was du mit in der Schriftrolle das ist noch so in der Schriftrolle äh Mantel des also Hemd des Mantel tut es cool ich kann nichts weiter du bist schon weg ja ich dachte die ganze Gruppe geht dann raus so wie wir komplett alle Reihen sind aber diesmal nicht so halt habe ich viele Entränke verloren ja ich auch also wie viel besitzt ihr denn noch ich habe jetzt elf noch auf dem fünften Slot der vierte ist komplett leer ich besitze nur noch fünf was wollen die denn jetzt hier noch die Lappen wir haben euren Boss besiegt ja Lappen wo hat eine Frau wahr das sind nur noch die hier das Seilen hier guck mal da kommt schon der nächste der den Boss troppen will das sind nur noch die die Lappen die Lappen im Gegensatz zu dem was da eben war ich habe irgendwie voll die Wildlingsstiefel jetzt an hier nicht schlecht mutiere mal mehr zum Murmier nach der letzten Mumu bis gut aus Mumu ausdessen vor allem